Viparita Namaskar Arda Swastikasana ist die halbe glücksverheißende Stellung in der umgekehrten Großhaltung. Gib von oben einen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und halte den anderen Fuß unter dem Oberschenkel. Dann gib die Hände hinter dem Rücken die Handflächen zusammen, die Fingerspitzen nach oben. Das ist Viparita Namaskar Arda Swastikasana, eine schöne Stellung, um in Arda Swastikasana den Brustkorb nach vorne zu wölben und die Wirbelsäule aufzurechten und die Schulterflexibilität zu kultivieren.